Wir spielen Robert Lewandowski und das ist mein Team. Kinsley Coman, Serge Gnabry, Jamal Musialo. Ich bin Manuel Neuer und das ist mein Team. Abonzo Davies, Lukas Hernandez, Joshua Kimmich. Das ist geil, Männer! Wir müssen gewinnen. Sollen wir das kurz gewinnen für uns? Mit Jamal. Mit dir? Ja. Mit Jamal. Wir spielen zwei Sätze. Mit drauf gehen? Zwei Sätze. Einmal bis selbst oder fertig? Mit dem Fuß nicht hier drüber. Also nicht hier stehen. Bis sieben oder Einsatz? Machen wir bis sieben. Komm jetzt, Alter! Komm, komm, komm. Okay, los geht's. Block, Vorsicht, er attackiert. Ja, 1-0. 1-0. 1-0. 1-0. 2-0. 2-0. 2-0. Was? Nein, nein, nein. Doch, doch, doch. Nein, nein. 1-1. Achtung! Schieß du! Ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Attacar, Nesse! Ja, super. Wow! Ist das ein Poweraufschlag? Ja, ja, ja. Fast an. Ist okay, ist okay, Männer. 3, 1. Super. Jetzt, 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 jetzt. Jetzt, jetzt. Seh die Schuhe? Jetzt. Gut. Nix. Jaaa! Wow! Das ist locker bis elf ein Satz. Bam! War Schnittlauch drauf, hätte ich sagen müssen. Halt die Klappe einfach. Fertig, oder? Sieben, okay. Schwarz! Geil, geil! Mach ihn! Ja! Sechs? Manu, Achtung! Sechs-Eins. Wir spielen es aber seriös. Zum Sieben-Eins machen wir es. Ja, ja. Was möchtest du? Ja, du gehst bei Ago. Mit dir? Oh Gott, ein Ass! Wow! 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 Yes! Ich bin der schlechteste Spieler jemals. Sieben-Eins. 1-0. 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 Naja. 1-0. 1-0. 1-0. 1-0. Das ist geil. Oh Mann, eine Lunge da drauf! Gut, Männer! Oh, Esslenz, Esslenz! Sorry, sorry! Oh, gut, oh Gott! Gefährlich, gefährlich! Oh! Wiederholung! Aber wir haben beide starke Spieler mit Koppel. Oh, nein! King, weiter, weiter, weiter! Oh, la, 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 la... Ok, komm, fertig, 2-0! Ah, nein, ist noch nicht fertig. Ja, jetzt! Ja, Männer! Super, gut! Danke! Alter, klasse! Gut funktionieren doch noch. ARD Text im Auftrag von Funk